3 von 5 So Da geht es nicht weiter Nicht wundern, ich scanne hier gerade so ein bisschen den Raum ab Ob wir hier irgendwas finden, ok weiter gehts, die Rune ist eins, das weiß ich So Genau da, da war es eben Kann ich da So, komm ich dann bei dem Minikit raus Ah Okay Da haben wir es Das fünfte Hier durchspringen können wir nicht Ne Meister Yoda mal wieder am Start Gut Dann haben wir jetzt das Minikit auch gefunden Können hier einfach mal zurück hüpfen So, das fünfte schon, sehr gut Die ignoriere ich einfach mal 54 Millionen Ja Wir haben in dem Level so viel gesammelt Wie in Allen anderen Level zusammen noch nicht Okay Hier ist noch eins Da auf der Rückseite anscheinend Und hier Hier unten Oder wie kann ich das Interpretieren Vielleicht auch auf der anderen Seite Okay Okay Jetzt kann ich einmal hier landen Kann ich hier landen Mann, jetzt Flieg mal langsamer Nee, kann ich nicht landen, aber hier drüben Ja Hier war bei der einen Kopfgeräger Mission auch eine Jedi versteckt Sag mal, ist das ein Ja, ich sag's doch, das ist ein Das ist ein Toilettenhäuschen hier Aus Gold Gibt's hier nicht Naja, auch die Klonkrieger müssen sich anscheinend mal erleichtern gehen Das ist jetzt ein bisschen awkward So Da hinten noch Hier finden wir doch bestimmt noch so ein Fliegding Ihr wisst, was ich meine Ich nenn's einfach mal Fliegding Ich bin ja hier voll der Experte So So, da hinten noch Münzen haben wir sowieso genug Ja Okay Und hier können wir nicht landen, ne Sehr merkwürdig Da ist auch nichts mehr Hier drüben Hier ist noch das eine Ah, kann ich jetzt hier nicht mehr landen oder was Ah, ich kann hier nicht mehr Ich kann hier echt nicht mehr landen Wahrscheinlich, weil wir Die eine Mission Ah, schade Okay Ja Ja, Leute Das Level müssen wir leider noch ein zweites Mal machen Weil wir können an den Orten jetzt nicht mehr landen Boah, das ist ja echt ärgerlich Weil wir jetzt quasi die Mission hier abschließen müssen Das ist ein bisschen Oh man, das ist echt blöd gemacht Das ist echt ärgerlich Dass man an einem bestimmten Punkt dann nicht mehr zurück kann Das haben sie echt ein bisschen blöd gemacht Hätte man echt anders lösen können So Okay, schnelles Bauen Nein, jetzt Na, danke Das läuft nicht so gut gerade Jetzt So 7 von 10 Hier drüben Okay Ansonsten Ich seh mich hier gerade nochmal um Boah, das ist echt ärgerlich Dass wir das dann noch ein zweites Mal machen müssen Da drüben ist bestimmt noch so ein Droide drin Äh Ja Ach man, 4 von 5 Der letzte ist bestimmt irgendwo, wo wir nicht hinkommen Ach man, echt ärgerlich 7 von 10 Das können wir gerade mal aktivieren Ist jetzt nicht so wichtig Ansonsten Gibt es hier nichts mehr, oder? Ich folge mal den Pfeilen hier Nee Hier Hier drüben gibt es nichts mehr Äh, doch Jetzt ist ja wieder ein Pfeil Aber hier sind ja noch so ein paar Örtlichkeiten Fliege ich Nee, jetzt fliege ich unten drunter Okay Ich hoffe mal, ich fliege jetzt nicht außerhalb meines Levels Hier nach drüben Nee, da fliege ich nach draußen Das Schiff, das wir befreien müssen An den kommen wir ja nicht mehr leider Weil das Level Ja Because the Level Will es so Da oben ist ein Pfeil Hier ist noch ein Pfeil Moment, ich muss mal kurz die Pfeile verfolgen Da ist noch ein Pfeil Oben links im Yoda-Icon Sieht da noch ein Pfeil Ich verfolge den gerade Dass ich wenigstens noch ausmachen kann Was damit gemeint ist Rechts, rechts, rechts Äh, links Ja, 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 ja Das ist doch noch irgendwas hier Oder? Jetzt ist es wieder weg Das muss irgendwo hier sein Drei Pfeile, drei Pfeile, drei Pfeile Das ist irgendwo hier Oh, die Pfeile sind auch mal wieder Mega verwirrend geregelt Ihr seht ja gerade den Pfeil oben links Im Yoda-Icon drin Wenn ich jetzt hier zu lange Dann ist er wieder weg Keine Ahnung, was damit gemeint ist Pam, 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 pam Schneller Da unten ist auf jeden Fall Anscheinend noch eins Vielleicht kommen wir da jetzt nicht mehr dran Oder Ich weiß nicht, wie wir da dran kommen sollen Boah, Mann Drei fehlen noch Haben wir hier schon so ein So ein Flugding gefunden? Oder gab es hier keins? Das Level müssen wir auf jeden Fall nochmal machen dann Okay, einmal hier die Toiletten zerstören Das kann ich gut anscheinend Da ist nichts Von diesen Flugdroiden müssen wir auch nur noch eins zerstören Aber ich glaube, den habe ich auch irgendwo übersehen Wo wir jetzt Nicht mehr hinkommen Dann bleibt uns jetzt nichts anderes übrig Als das Level abzuschließen Ne Okay Ja Ah Kommen wir Ah ja Okay Hier kriegen wir also doch noch eins Okay Sehr schön Gut Dann kriegen wir das zumindest noch Aber an die anderen Orte kommen wir ja trotzdem nicht mehr Außer hier ist noch so ein Druide Dann würde uns nur noch eins fehlen Da ist es Da ist es Sehr schön Ja, nice Dann fehlt uns nur noch das eine Das wir nicht mehr kommen Schade Sehr schade Zumindest haben wir das gefunden So Boah Haben wir viele Mützen Ja Achso Die Sicht hat gewechselt So Achso Achso Okay Das war's Und Jetzt Boah Das ist echt mega Blöd Dass wir an das letzte nicht mehr kommen können Wegen Wegen Dem Spiel Ist ja nicht mein Fehler Also wir kommen da irgendwie von der anderen Seite dran Aber Das wäre irgendwie merkwürdig Wir hätten da wahrscheinlich noch irgendwas machen müssen Boah Wir haben aber echt eine Menge Münzen gesammelt So So Ja Achso Okay Ich erinnere mich irgendwie noch kaum an dieses Level hier Muss ich zugeben Wenn wir hier noch landen könnten Dann könnte ich mir dieses Vermaledeite Minikit holen Aber Nein Ich meine Die hätten den Punkt auch einfach lassen können Weil ich müsste hier landen Mann ey Ach da unten Okay So In den Sturm Danach ist das Level glaube ich auch fertig Soweit ich weiß Äh Ja Ich verlasse die Missionszone Sehr schön Achso Wir müssen jetzt nur noch hier landen Oh man Leute Das ist echt gemein von den Entwicklern Ich meine Warum kann ich denn da nicht mehr landen Das hätten sie doch einfach lassen können Ich meine Es ist ja schon verständlich Weil wir den Punkt nicht mehr brauchen Für die Für die Mission an sich Aber Wenn ich jetzt hier nochmal landen könnte Dann könnte ich wenigstens versuchen nochmal das Minikit irgendwie zu kriegen Jetzt muss ich das komplette Level nochmal machen Wegen einem Minikit Ja komm Hat doch eh keinen Sinn Sich hier zu beschweren Dann landen wir einfach hier Und schließen das Level ab Trotzdem echt etwas ärgerlich So Och man ey Jetzt fehlt nur dieses eine einzige Level abgeschlossen Den waren hier Die haben wir geschafft Natürlich Wir haben einfach mal 55 Millionen Okay So insgesamt 70 Das ist echt überhaupt nicht viel Ist das etwa Der für den ich ihn halte Der alte Ben Cool Goldene Stein So 75 Ja die 100.000 Die können sie sich auch sparen Also ich meine Jetzt habe ich echt genug Münzen auf Tasche 70 Millionen Das ist echt sehr ordentlich So Okay in dem Level hat er also dann quasi noch Einer gefehlt Ähm Die Bruchlandung Da fehlt jetzt noch einer Hier haben wir alle Und in welchem fehlt noch einer Äh zwei Hier drüben Hier drüben bei Asia Ventress Äh Asia Wenn Keine Ahnung wie man sie ausspricht Naboo Das Virus Da fehlen noch zwei Da habe ich aber einen auf jeden Fall übersehen Okay Ansonsten sind wir jetzt echt gut vorangekommen Denke ich mal Genau Quell Fehlt jetzt eben auch noch eins Da haben wir auch alle Viel fehlen jetzt auch nicht mehr Ja gut Ich denke die Die Hälfte ungefähr Ein bisschen mehr als die Hälfte noch Von den Leveln Ja gut Sind vorangekommen Das Moment Eine Sache wollte ich aber noch Nachgucken Hier müssen wir dann uns auch noch die Restlichen holen Genau Und dann eben noch diese Übergriffe machen Die Planeten sind es Eins Zwei Drei Ich glaube ich kann die so nicht richtig durchzählen Weil die so durcheinander sind Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Zwölf Dreizehn Vierzehn Hier ist wieder Quell So 15 Planeten rum Kann das sein Da müssen wir 15 Schlachten machen Mal zwei Also einmal mit der Republik Und einmal mit den Separatisten Boah das sind Das sind schon einige Schlachten noch Die machen wir dann wirklich Ganz am Ende Wenn ich alles andere habe Dann machen wir diese komischen Schlachten Finde die Schlachten an sich cool Aber Das ist vielleicht ein bisschen zu vieles Guten wieder Dann ziehe ich das einfach am Ende durch Ja Und hier ist auch irgendwie noch ein Power ab Jetzt kann ich nochmal schnell gucken Gibt es da irgendwo in der Nähe noch ein Power Ab Was ich mir holen kann Oder Eher nicht Weil dann würde ich jetzt auch gleich die Aufnahme beenden Ich seh mich hier nochmal ganz schnell um 73% Boah das ist echt cool So wir nehmen nochmal schnell So mit dem sind wir ein bisschen schneller unterwegs Und ich mag ihn Na da müssen wir wieder dieses Ding aktivieren Oh Mann Gehe ich nochmal hier lang Ob ich hier noch schnell was Kaufen kann Nochmal schnell durch den Fahrstuhl Hier gibt es auch nichts mehr oder Ne ich glaube nicht Power Ups Nicht Wir haben 11.18 Uhr Und da können wir auch nichts kaufen. Die müssen wir noch irgendwie freischalten, wie auch immer. Wahrscheinlich bei diesen Übergriffen. Oder, was weiß ich. Können wir bei diesen Übergriffen eigentlich unsere Extras benutzen, dann wäre das sehr hilfreich. Ansonsten könnten die noch etwas knifflig werden. Ich gehe nochmal hier nach links. Guten Tag. Ähm. Voll ruhig hier immer. So. So. 71 Millionen. Ö. Äh. Ö. Ja. Oh, ich habe so viel Legos. Ich habe, also, ich kann nur sagen, bis zu dieser Folge hier. Ich weiß nicht, in welcher Folge wir gerade sind. Äh. 60 rum sind wir jetzt. Folge 60 rum. Habe ich nur Lego Star Wars aufgenommen. Seit Episode 1. Also ich habe, ich habe quasi, jede Session war bisher nur Lego Star Wars. Ich habe kein anderes Game bisher aufgenommen. Das haben wir aber auch schon. Ja. Okay, dann sind diese Power Ups in den anderen Räumen drin. Dann gehe ich nochmal kurz in den Hauptraum zurück. Dann haben wir hier auch schon alles gekauft. Auch alle Charakter. Ich denke mal schon. Ja. Ja. Das haben wir auch schon gekauft. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal in den Hauptraum zurück. Nächste Aufnahme holen wir uns dann noch die zwei Minikits aus dem einen Level und das Minikit aus dem Level, was wir eben gemacht haben. Äh, weil ich die wirklich alle gerne hintereinander so abschließen würde, dass wir dann quasi eins nach dem anderen die Level durch haben mit allen Minikits. Den Waren hier, die haben wir ja sowieso immer sofort. Und nächstes Mal am Anfang der Aufnahme holen wir uns auch direkt das nächste oder die nächsten paar Power Ups. Wir haben jetzt 72 Millionen. Damit können wir uns eigentlich so gut wie alles holen. 73 Prozent. Boah, sehr schön. Freue ich mich. Gut, also bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Also, dann noch ein herzliches Tschüssi. Wir sehen uns nächstes Mal wieder.